Zu euren Diensten. Vortrefflich. Trefft mich auf Krasus' Landeplatz, sobald ihr gerüstet seid. Ja, das ist es. Auf zum Schildhügel. Die Zeit drängt. Auch wenn niemand uns hilft, müssen wir unsere Pflicht tun. Beten wir, dass das, was vom Orden übrig ist, dafür ausreicht. Seid gegrüßt. Auf bald. Falls sich Hilfe auftreiben lässt, werden Efrina und ich kommen. Ruhig. Morgenlicht. Ich bin ganz ohr. Kann ich euch helfen? Seid gegrüßt. Auf Wiedersehen. Tyrosus ist ein guter Kerl. Da sage ich nicht nein. Es lauern zu viele Gefahren. Schön, dass ihr es geschafft habt. Wir werden obsiegen. Ihr könnt ihm, Brüder und Schwestern. Wir dürfen den Aschenbringer nicht vergessen. Tyrion mag fort sein. Doch die Klinge ist noch da draußen. Nehmt euch in Acht da draußen. Solange wir am Leben sind, wird Azeroth nicht fallen. Hallo? Wir sehen uns. Seit dem Sieg über den Lichtkönig habe ich viel Zeit in Ulduar verbracht und von Tyr erfahren. Er war der einzige Titanenhüter, der sich gegen Lokens Verrat erhob. Eine Frühkulsage spricht von einem mächtigen Schild, den Tyr seinem Champion für die Schlacht angefertigt hatte. Wie geht es euch? Meine Fähigkeiten lassen mich mit den Verstorbenen sprechen. Lebt wohl! Vielleicht können wir den Helden dieser Sage direkt befragen. Ja, das hoffe ich. Mit eurer Hilfe haben wir eine Chance, das Artefakt zu finden. In diesem Turm, mitten in Dalaran, befindet sich ein Portal zum Wirmu-Tempel. Dann seid ihr schon fast da, Tahu. Nochmals danke, dass ihr uns Paladinen helft. Ihr habt die Sonnenläufer um Hilfe gebeten. Und hier bin ich. Möge euch meine Anwesenheit Erfolg bescheren, Orik. Möge euch meine Anwesenheit Erfolg. Möge euch meine Anwesenheit Erfolg. Möge euch meine Anwesenheit Erfolg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ritual. Ihr müsst euren Willen auf den Geist konzentrieren, während unser Freund uns... Dann schon los! Ich bin gestorben, um den Qualen meines Versagens ein Ende zu setzen. Warum stört ihr mich? Ich habe eure Sage gelesen. Wo habt ihr den Schild gefahren? Ihr zwingt mich zu antworten. Meine Reise führte mich nach Sturmheim, zu einer Grabstätte von Kriegerkönigen. Ich fand einen Schrein für Theos Champion dort. Doch der Zutritt blieb mir verwehrt. Ich versuchte es viele Male, bis ich den Schmerzen nicht mehr aushielt. Entehrt kehrte ich zurück und versuchte mein Versagen mit dem Blut anderer hinfortzuwaschen. Wir werden beenden, was ihr begonnen habt. Ruht in Frieden. Ihr seid von der Schande befreit. Danke für eure Hilfe, Taro. Das werde ich euch nicht vergessen. Es war mir eine Ehre, zu dienen. Ich muss zum Nederlicht-Tempel reisen und der Konklave über unseren Erfolg berichten. Und wir sollten schnell zurück nach Dalaran. Ich werde euch dort treffen. Untertitelung. BR 2018 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 Auf das wir euer Herz prüfen. Lasst uns beginnen. Wer wagt es, den Wahrheitssuchenden herauszuverbrannt? Ich friere euch, er schützt euch das Eis! Er starrt! Er schützt euch das Eis! Er schützt euch das Eis! Er schützt euch das Eis! Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Hallo. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.